das muss echte liebe sein zu mir oder zu meinem geld wenn du jiki noch nicht kennst dann habe ich dir in der video beschreibung die ersten beiden teile verlinkt jiki wollte mir mal eine menge geld vererben da sie ja angeblich schon im sterben lag nun lebt sie immer noch und schreibt mir wieder um nicht wieder die gleiche unterhaltung zu führen habe ich ihr eigenes spiel mit ihr gespielt mehr dazu nach dem intro ich habe dieses mal sogar jene bank welche mir jiki geschickt hat über ein scammer konto informiert was die dazu sagt erfährst du am ende des videos jiki hat mir immer wieder geschrieben also habe ich mir ein herz genommen und geantwortet ohne guten nachrichten für sie ich war im krankenhaus und hätte nicht mehr lange zu leben es ist ihr anscheinend gar nicht aufgefallen dass dies eigentlich jene betrugsmasche ist mit der sie bei mir angefangen hatte vielleicht war sie geblendet von der aussage dass ich vor meinem tod nun auch mein restliches vermögen spenden möchte und da sie profi sei ich auf ihre hilfe hoffe hallo her es tut mir so leid was ihnen passiert ist aber wie geht es ihnen im moment mit so viel mitgefühl hatte ich gar nicht gerechnet sie wollte sogar ein foto von mir allerdings musste ich ihr das verwehren da ich durch meine krankheit sehr schlecht aussehe und ich nicht möchte dass sie mich in diesem zustand sieht also fragte ich abermals nach hilfe mit der spende zuerst skeptisch wollte sie dann doch wissen wie viel ich denn spenden wolle und die angepriesenen 15.000 euro schienen doch genug zu sein um jiki aktiv werden zu lassen hier ihr plan wenn sie es wirklich ernst meinen informiere ich meine bank und sie überweisen die gelder die sie spenden möchten an meine bank und ich werde einen ehrlichen und aufrichtigen anwalt suchen der mir helfen nachdem ich eine ehrliche person gefunden habe um die spende zu finden nachdem er diese person gefunden hat wird der anwalt das spendendokument für die person anfertigen und er wird es mir schicken und ich werde es ihnen schicken und sie werden unterschreiben und der empfänger der spende wird auch unterschrieben haben und die spende wird dem empfänger der spende ausgehändigt bitte haben sie keine kinder ist doch nett dass sie sich um meine kinder sorgt so einem menschen muss man doch vertrauen oder also sagte ich ihr sie solle die prozedur starten und das geschah dann auch prompt nur wenig später bekam ich die information dass sie jetzt mit einem ehrlichen aufrichtigen und vertrauenswürdigen anwalt spricht der es verdient diesen fall bearbeitet zu haben sie bräuchte nur noch ihre bankverbindung schicken und ich könnte überweisen ich war so froh dass sie einen anwalt gefunden hatte denn ich habe ja keinen angeblich das merken wir uns mal für später jedenfalls sollte ihr anwalt dann mal eine schenkungsurkunde als nachweis für mein finanzamt ausstellen und mir die bankverbindung schicken natürlich begann damit wieder das große hin und her schreiben sie schickt zwar eine bankverbindung übrigens die gleiche aus den ersten beiden videos wo der fall ja ganz anders gelegen hat aber ich bekam natürlich keine papiere ich würde die papiere erst nach der überweisung bekommen aber gleich am selben abend nach der überweisung ich solle doch vertrauen haben und so weiter nach meiner folgenden nächsten mail als antwort auf dieses hin und her war ich über die arroganz dieser scammer doch schockiert also ich schrieb okay verstehe ich das richtig wenn ich geld schicken will muss zuerst geld und dann unterlagen und informationen wenn ich geld bekommen will muss ich zuerst daten schicken und dann bekomme ich geld sehr seltsames system vielleicht bin ich ein bisschen dumm darauf ihre antwort ich muss mir kein geld schicken wenn sie nicht wollen müssen sie gehen ich hoffe sie haben mich gut verstanden ich mag es nicht in meinem leben eine fälschung zu sein und ich mag keine fälschungen auch wegen meiner ehrlichkeit dass ich dich akzeptiert habe um dir zu helfen und du mich beleidigen wirst ich gehöre nicht zu den menschen ich bin eine sehr respektvolle frau und mir gefällt das verhalten dieser leute nicht deshalb habe ich meinem anwalt im ersten fall die auskunft verweigert mein herz hat mir bereits gesagt dass sie es nicht ernst meinen du darfst das nie wieder in deinem leben sagen ich mag dich nicht ich bin kein kleines kind ich hoffe du hast mich verstanden du bist nicht ehrlich zu mir wenn du ehrlich zu mir bist musst du tun was ich dir gesagt habe damit alles gut wird ich möchte dich nicht fressen aber ich möchte dir helfen eine gute ehrliche person zu finden die das für dich verdient ich kann jedoch nichts tun ohne die überweisung von ihnen erhalten zu haben die von meiner bank bestätigt wird wenn du wirklich an mich denkst kannst du mich nicht so herabsetzen es tut mir leid wollte sie hier an den gentleman in mir appellieren oder was war das ich habe dann mal nicht mehr geantwortet aber am nächsten tag sehr wohl reklamiert dass der abend verstrichen sei und immer noch kein dokument bei mir angekommen sei es ging dann wieder standard hin und her bis ich meinte dass ich es dann doch von meinem anwalt erledigen lassen würde wir erinnern uns dass ich zuvor froh war dass ihr anwalt das machen würde da ich keinen hätte cheki hat sich nicht erinnert und stimmte zu gut also fragte ich wie alle scammer nach allen daten des zahlungsempfängers wie voller name adresse geburtsdatum und das foto von einem ausweis und sie wollte mir bis zum abend alles schicken trotz meines nachsatzes wie geht es deiner gesundheit wieder alles fit im schritt nachdem es nun hoffnung auf 15k gibt am nächsten tag schickt sie eine ausweiskopie einer antonia offensichtlich durch datenklau daran gekommen also blende ich sensible daten mal nicht ein aber hier siehst du wozu ausweiskopien verwendet werden können wenn du diese im internet verschickt und sie werden auch verwendet um ein online konto zu eröffnen wohin die scam gewinne fließen also fragte ich gleich mal nach einer bankverbindung für die schenkungsurkunde da ich ja nicht antonia eintragen aber an torsten schicken könne und tatsächlich kam wenig später eine kontonummer auf den namen von dieser antonia ich habe mir gespart zu fragen welche rolle diese denn bei meiner spende spielt da die antworten immer gleich sind verwalterin bankangestellte sekretärin des anwalts alles bla 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 jackie wurde nun ungeduldig und fragte laufend nach dem fortschritt in der sache und wann denn das geld kommen würde also dann mal los zum großen finale da läuft etwas schief mein anwalt versucht gerade diese antonia zu erreichen anscheinend gibt es bei der polizei eine anzeige wegen identitätsdiebstahl kannst du uns kontaktdaten zu antonia schicken danke meine liebe hallo hier ich habe ihre nachricht erhalten aber welche kontaktdaten wünschen sie noch eine telefonnummer zum beispiel zu antonia ich weiß nicht wie mein anwalt herausgefunden hat dass dieser antonia die identität gestohlen wurde jedenfalls muss er investigieren damit nicht eine falsche person das ganze geld bekommt zur ich verstehe ihren anwalt nicht wie der personal ausweis einer anderen person gestohlen werden kann wer hat ihm bewiesen dass es sich bei dieser identität um eine gestohlene identität handelt bei der polizei liegt eine anzeige von der echten antonia ich bin ja auch nur ein kranker alter mann ich weiß nicht alles darum muss man das den profis überlassen wenn du mir ihren ausweis und ihre kontonummer geben kannst dann wirst du ja wohl auch ihre telefonnummer haben ihr müsst ja in irgendeiner beziehung zueinander stehen wer ist das warum bekommt sie mein geld auf ihr konto können wir das ganze jetzt bitte schnell machen ich fühle mich nicht gut ok sir ich verstehe sie aber mir geht es im moment auch nicht gut aber im laufe des tages werde ich versuchen ihnen seine e mail adresse zu senden und sie werden sie per e mail sehen ich hoffe sie verstehen mich ich habe ihr dann erklärt dass eine e mail adresse kein identitätsnachweis ist und natürlich postadresse und telefonnummer brauche mir ginge es auch nicht gut und mein anwalt wartet auf die informationen nach weiteren erinnerungs mails kam dann eine mail woran ich erkannte dass meine original jiki weg war und damit auch meine liebe aus heiterem himmel schreibt mir jemand unter jikis mail adresse dass sie für die kreditvergabe bestimmte notwendige informationen sowie meinen personalausweis und meine bankverbindung brauchen also wird nach dem spenden scam diese adresse nun für kreditscams verwendet und weil die scammer dumm sind schreiben sie auch an die falschen personen also habe ich jiki abgehakt wollte aber noch von der bank wohin ich meine spende schicken sollte wissen ob diese den scammer konnten nachgehen wollen und siehe da keine antwort soll ich überrascht sein oder ist meine mail vielleicht im spam ordner verschwunden man weiß es nicht für dich ist jedenfalls wichtig dass du immer misstrauisch bist und keine daten und ausweise im internet verschickt und somit sage ich danke fürs zu sehen und servus bis zum nächsten video